Hallo Leute und herzlich willkommen, warte mal So, ich glaube es ist besser oder? Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Ja, wir sind hier wieder back und ich spiele weiter Ich weiß leider gerade nicht, ob das Video bei euch gut angekommen ist Ich hoffe es natürlich Und ja, genau, auf jeden Fall weiß ich gerade nicht, wie das aussieht Weil ich bin hier gerade noch ein bisschen am Vorproduzieren Hier fürs Wochenende, beziehungsweise diese Folge hier Seht ihr dann wahrscheinlich am Dienstag Oder? Ja, ich denke, oh Leute, den Kürbis, den nehmen wir mit Ähm, wie gesagt So war das? Ne, auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Video seht ihr bei einer Seite am Dienstag Das heißt, ja, muss halb vorproduzieren Toll Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß Und ich hoffe, ich bekomme nicht so viel Schaden Heute geht es, wahrscheinlich seht ihr es eh im Titel Und wieder überall Heute geht es, man hört es wahrscheinlich auch schon Hier um diese Klammern hier Also, ich werde halt immer, wenn ich Schaden bekomme, dann so eine in die Fresse stecken Und da haben wir schon die erste So ein Müll, ich brauche unbedingt ein Schild Ja, stell mich aber mal hier hin Das habe ich halt auch noch nie ausprobiert, ob das irgendwie weh tut Oh, scheine, dass du wirklich weh Ähm, mache ich das am besten einfach so Aber dann haben wir nicht mit dem Antickel Weiß das hier in die Ohren? Oh, das tut doch so weh Oh mein Gott, dieses Video wird so nicht lange gehen Ah, das tut einfach unnormal weh Ah, das tut unnormal weh Nein Oh mein Gott Oh, ich brauche noch eine zweite Ich weiß aber Oh, gibt es hier nicht eine Position, die nicht so weh tut? Oh, okay, die ist aushaltbar Doch, hier ist viel besser Warte mal Ah, dieses Ohr tut einfach viel zu fest Doch so Okay Tut schon weh, ja Aber es ist noch so zum Aushalten Es ist nicht zum Aushalten, Leute Ich habe das komplett unterschätzt wieder Wie das mit dem Zitronensaft Ich dachte, das ist so nicht wirklich schlimm Aber es ist die Hölle Ich weiß gar nicht, habe ich meinen Ofen mitgenommen Wahrscheinlich Ah, es tut so weh Oh mein Gott Wieso tut das so weh? Ich brauche eine andere Klammer, Alter Boah, es ist schon echt schmerzhaft Ich versuche, jetzt tue ich die beiden an der Scheiß drauf kommen Oho Ich habe gleich keine Klammern mehr Ich mache jetzt Oh Gott Ja, warte, aber das ist nicht so schlau Dann klingt das ganze Video so dienlich Ich bin jetzt so ein Ver... Ah, das tut schon, das tut weh Oh mein Gott Habst du hier vielleicht eine andere Dünste, das? Ich habe keinen Schaden bekommen Ich habe nur volle Herzen Digga, der hat mir jetzt alles weggerollt Weißt du, mich verarschen Ich habe jetzt nicht mal mit einem Ofen Oder die Craftingbox Äh, Bench meine ich Das ist eine Frechheit, Alter Es ist auch Nacht, es wird einfach nicht Tag Was ist das denn? Ich muss mir noch eine Wäscheklammer her Ah Oh Gott, das wird jetzt kritisch Oh Gott Dass ich noch keinen Schaden bekommen habe, Alter Nein Oh mein Gott Kein Schaden Hauptsache Einfach kein Schaden Alter, dieser behinderte Zombie Aber auch komplett darauf Oh, der ist ja schon wieder ein Kribber Ah, es tut weh Es tut alles weh Beim Zieh ich auch nix Ja, toll Wo macht man denn das noch hin, Alter? Oder ich kann das nirgendwo mehr hin machen Irgendwie, Alter Oh, das tut auch weh Ah, hier ist mein Stopp, nice Wir bauen uns jetzt hier einfach ein Scheiß drauf Kein Bock mehr Okay Ah Ähm, wir machen uns erstmal hier ganz kurz ein Crafting Ich hoffe für euch ist das einigermaßen lustig hier Ich bitte Alter, wenn ihr diesem Video kein Like gebt Und nicht abonniert, falls ihr neu seid Dann Verstehe ich aber gar nichts mehr Digga, mein Ohr brennt Es brennt richtig Ah Ich hab mir halt überlegt, dass wir in dieser Welt irgendwie immer so Bestrafung nehmen Zum Beispiel hab ich mir auch schon gedacht Dass ich dann einfach den Mund voll mit Marshmallows stopfe Oh, es tut einfach weh Ich muss das Oh Und dann Oder zum Beispiel, ähm Dass wir auch mal, äh, dann Äh, was soll ich sagen Dass ich zum Beispiel so Handschuhe und so anziehe Und immer wenn ich Schaden bekomme Muss ich halt irgendwie ein Körperteil mehr anziehen Das ist auch noch so ein Challenge Tut halt wirklich Es tut alles so weh, ey Wieso, wieso mach ich das? Bin doch einfach maximal hobbylos Oder nicht? Das ist Kupfer Aber Kupfer brauchen wir, glaub ich, nicht Kupfer ist nicht so wichtig Nein Oh Gott Das Ding ist, ich will jetzt hier eigentlich nicht so rumheulen die ganze Zeit Aber es tut halt echt weh Oh, Bruder Wieso mach ich das? Guck, dann kann ich das irgendwie kurz umstecken, bitte Weil das tut ja noch viel zu sehr weh Ist nix mehr Ja, wir looten das hier jetzt einfach so ein bisschen Weil Keine Ahnung, ist cool Ist auch so dumm, dass ich in eine Höhle gehe, ne? Keinen Schaden bekommen Keinen Schaden bekommen Oh Gott Was wird das denn? Oh mein Gott Hä? Okay Wahrscheinlich ist hier das End, Alter Komm Fick mich doch komplett, ey Das Problem ist ja, weil ich wirklich gleich gar keine Klammer habe Äh Wir gehen Wir müssen jetzt hier raus, Alter Ganz ehrlich Wieso spawnen denn hier jetzt Silberfischchen, Alter? Ich glaube, ich muss gleich einfach mehr holen Hast du eigentlich unser Weizen schon bewachsen? Ne und alle wollen mich alle wollen mehr dass ich so unnötig also danke mindste ein eisen halte ich habe jetzt noch diese klammer dann muss ich neue holen ich mache einfach so ist komplett scheiße aber ich habe keine andere wahl das ist so lustig also eigentlich ist nicht so lustig aber irgendwie oh es kitzelt so in der Nase scheiße was wir kommen auch die Tränen alter so in der Nase tun weh ja wo mach ich den noch hin alter in die Haare seht ihr das ich weiß nicht aber ich habe sonst keinen Platz mehr irgendwie also wir machen uns einfach mal Rüstung dann sterben wir nicht mehr so viel ich glaube ich auch nicht so dumm noch ein Helm perfekt ja sind unsere Bäume gewaltt tatsächlich lol nice okay dann machen wir das mal so das ist so ein scheiß Projekt merke ich gerade wenn ich das jetzt weiter so mache dann muss ich mir in jeder Folge irgendwie Schmerzen zufügen wie gesagt das mit dem Marshmallows in den Mund stopfen hatte ich mir noch so als Idee gehabt und dann dass ich immer mehr anziehen muss wenn ich irgendwie Schaden bekomme so eine Jacke dann Handschuhe Mütze versteht ihr was ich meine und dann es tut so weh alter ich bin so froh wenn dieses wieder vorbei ist so froh war ich noch nie dass ich eine Aufnahme verendet habe scheiße man kommt mir auf der anderen Seite raus übrigens habe ich euch noch gar nicht so richtig erzählt was hier mein Plan ist ich habe ich jetzt gar keinen Bock verpiss dich mal ich muss sowieso erstmal essen auf jeden Fall hatte ich hier die Idee dass das hier so der Eingang das tut einfach so weh oh mein Gott es tut so weh auf jeden Fall ist das der Eingang hier wird dann so ein Holzstamm nach oben gehen so in der Art Baum der Rest hier wird alles ausgehöhlt sein und mit Glas ausgestattet so dass man hier raus sieht so und da drin ist aber wobei vielleicht auch gar nicht Glas vielleicht auch einfach so ein getarnter Berg und dann geht's oben geht dann halt so der Baum hoch und oben ist dann halt so das eigentliche Haus genau das ist so ein bisschen der Plan den ich habe fühlt ihr den oder nicht mir scheißegal ich mach's so jetzt sind wir auch mal ordentlich equipped Alter dann haben wir dich noch raus und hier noch so ein bisschen Stein rein so dann ja brauche ich ja mal weiter so Leute ich habe jetzt hier diesen Raum auch ausgehöhlt so und alle ganz ehrlicherweise ich habe jetzt hier fast nix erreicht und so aber Alter ich muss einfach aufhören es tut zu weh es tut zu weit weh zu weit alter zu fest weh und es ist auch schon spät und alles und ist wirklich schlimm und Alter es tut mir leid Alter schreibt andere Bestrafungsideen in die Kommentare bzw. Bestrafung oder Alter sie waren hier in deinem abdruck bitte man sieht zumindest was okay da eben sieht man jetzt nicht das war ein bisschen Oh Simon irgendwas scheiße man oh es tat unnormal weh Leute ich hab's für euch gemacht das heißt ihr lasst jetzt ein Like da und wenn ihr neu seid ein Abo würde mich echt freuen und empfehlen mich weiter wie mehr solche Scheiße ne schreibt auf jeden Fall in die Kommentare was sie noch so viele Challenges machen könnten also klar ich werde es wieder mal irgendwie Zitronensaft machen und ich werde auch mal wieder mit diesen Klammern machen dann nehme ich ein bisschen mehr ähm ja viel mehr gibt es nicht zu sagen wenn es euch trotzdem gefallen hat wie gesagt lasst ein Like da habe ich jetzt auch schon 10.000 Mal gesagt ja schau dir andere Videos bis zum nächsten Mal Ciao Ciao